Guten Morgen und Hallo, herzlich Willkommen zu unserem neuen Video und zwar Fritz in Rot, Fritz bei der Challenge Rot. Wir sind hier auf der Fähre von Getza nach Rostock, wir kommen gerade vom Red Race 96 Hours, das ist das Video vorher. Wir sind noch ziemlich im Eimer, heute um 5 Uhr aufgestanden und wir wollen Fritz in Rot supporten. Und wir rufen Fritz mal an und gucken, ob er wieder gesund ist, weil das ist ja noch die eigentliche Frage, ob Fritz überhaupt starten kann. Das war noch ein bisschen unklar, hat einen kleinen Hitzeschlag gehabt. Viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Für diejenigen von euch, die vielleicht noch nicht wissen, wer Fritz ist oder was Fritz macht, Fritz ist kein Profi-Triathlet, Fritz startet bei den Amateuren. Das heißt, Fritz geht ganz normal arbeiten und versucht, sein komplettes Trainingspensum irgendwie noch im Alltag zu integrieren. Wir sprechen da von Trainingswochen mit bis zu 25 Stunden Gesamtzeit, was, wenn man mich fragt, absoluter Wahnsinn ist. Wir haben uns im Rahmen seiner Vorbereitungen mit Fritz zusammengesetzt und wollten wissen, was er gerade in Bezug auf die Challenge Rot denkt und vor allem, was er für persönliche Ziele hat. Wie ist dein Befinden? Gäste, also heute, in zwei Wochen ist schon vorbei. Das Befinden ist so lala, jetzt muss man die Woche nochmal ein bisschen durchziehen. Aber Görke hat schon von 25 Stunden Training auf 20 reduziert, also ist es eigentlich schon tapern. Ja, Schwimmen ist natürlich das größte Fragezeichen, wie das immer so klappt. Jetzt fängt es auch schon wieder an, die Diskussion mit Neo, ohne Ineo. Ich hoffe natürlich, dass es mit Neo ist. Ziel wäre, unter einer Stunde. Radfahren, was ist der Fall? Radfahren, kein Problem. Fährt mal einfach 180 Kilometer zweimal im Kreis und dann kommt ein Läufchen. Ich bin ja immer so ein bisschen in der Aufholjagd auf jeden Fall. Das muss man halt sagen, war letztes Jahr optimal. Da konnte ich halt so von Grüppchen zu Grüppchen vorspringen, sich dann mal kurz wieder setteln und versorgen und dann wieder weiter. Ob das wieder so klappt, kann man halt nicht sagen. Kann auch sein, dass der Zug vorne abhaut und dass ich den nie einhole. Was nimmst du dir vor fürs Radfahren? Was für eine Zeit? Ach, da ist die Zeit ja eigentlich immer relativ von äußeren Bedingungen abhängig und so. Also da muss man einfach sehen, wo man sich schafft zu positionieren für den anschließenden Lauf. Letztes Jahr bin ich ja tatsächlich als erstes auf die Laufstrecke in der Dreiergruppe. Habe mich dann erst überholen lassen, weil ich meine Pace weitergelaufen bin und bin dann wieder zurück. Es sind auf jeden Fall wieder unendlich viele schnelle Jungs am Start und dann einfach nur laufen. Letztes Mal bist du 8.14 Uhr gesamt gelaufen. Jetzt musst du schon noch mal einen raushauen, auch wenn das wahrscheinlich so mit das perfekteste Rennen deines Lebens war. Ja, ich wüsste jetzt halt auch nicht genau, wo ich da noch groß was rausholen könnte. Also vielleicht bin ich, wenn es jetzt noch optimaler läuft, könnte ich vielleicht noch 2-3 Minütchen schneller rannen. Dieses Jahr fühlt sich schon noch mal geiler an. Ja, dann viel Glück, mein lieber Freund. Auf dieser Reise. Also, wir sind angekommen in Rot, nach 100 Stunden Fahrt direkt den Trainer getroffen. Was macht der Fritz morgen? Steht schon unser Druck, arme Kerl. Aber ich glaube, dass er tatsächlich morgen noch schneller sein wird als letztes Jahr. Wobei die Bedingungen morgen extrem schwer. Noch härter, ne? Es soll halt richtig heiß werden. Letztes Jahr hat er eine 8.14 Uhr gemacht. Ich glaube, dass er, wenn das Rennen gut für ihn läuft, morgen 8.09 Uhr macht. Das wäre richtig stark. Fritz, hau rein aus deinem Dorf. 8.09 Uhr hat er gesagt. Und morgen, es ist 4.30 Uhr. Auf geht's. Es ist 6 Uhr. Fritz Start ist in 50 Minuten um 6.50 Uhr. 20 Minuten nach den Profis. Es ist unglaublich voll schon. Das ist echt der Wahnsinn. Ich glaube, ganz Deutschland ist irgendwie gefühlt bei diesem Triathlon. So, ich habe endlich Ruben gefunden. Guten Morgen. Hey, moin. Jetzt müssen wir nur noch Fritz finden, aber das könnte hier ziemlich schwierig werden. Ich habe ihn schon gesehen irgendwo. Erklär mal, was ist hier los? Hier werden die Beutels hingelegt. Schön sortiert. Du musst dir gut merken, wo deiner liegt. Aber wirklich. Fritz wird ihn mit seinen da vorne irgendwo haben. Fritz hat eine sehr tiefe Start. Also, es ist Wahnsinn, was hier los ist. Das ist nochmal Next Level im Vergleich auch zum Ironman Hamburg. Ich glaube, wir trennen uns jetzt. Ruben coviert gleich so ein bisschen das Fahrradfahren. Wir versuchen zurückzukommen und sind dann wieder ablaufen dabei. So gut wie es halt geht. Schauen wir mal. Das war's. Wir wünschen dir viel Spaß. Danke dir. Lars, viel Glück. Schöne Gruppe mit Fritz mit denen. Brauchst du noch Hilfe beim Neo? Willst du denn oben drüber? Ne, das passt. Alles Gute dir, Digga. Jo, danke. Hallo. Guten Morgen, Fritz. Schön, dass du es einrichten konntest. Guten Morgen. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, macht nichts. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Dir auch. Wir sehen uns an der Strecke, Digga. Alles Gute. Alles Gute. Ich sag, wie es ist. Der ist nervös, der Mann. Der ist nervös. Da leinen die sich auf. Da ist gleich Schwimmstart. Fritz ist in der ersten Startgruppe, 6.50 Uhr. Hinter ihm dann 3.500 Starter. Durch seinen geilen Lauf und Schwimmen und Fahrradfahren letztes Jahr ist er in der ersten Startgruppe um 6.50 Uhr. Ja, gleich geht's los. Das war der Start. Und der Endspieler von Startgruppe 3. Erzähl mal, Fritz, wie war Schwimmen? Ja, Schwimmen war eigentlich ganz gut. Ich konnte mich am Anfang eigentlich aus einem Geprügel raushalten und habe eigentlich relativ früh meinen Rhythmus gefunden. Ja, das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, dass es fast zu entspannt war. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit nämlich ein paar Füße, an die ich mich ranhängen konnte. Ein, zwei Mal bin ich auch Lücken zugeschwommen. Also das ging dann auch nämlich fast zu leicht. Also das hat mir auch gezeigt, dass ich halt da noch nicht an meinem Limit war. Also ich konnte dann einfach mal zwei, drei Minütchen hochbeschleunigen und hatte dann ruckzuck eine Lücke zugeschwommen. Von daher war eigentlich alles entspannt. So, normale Härte hier. Ich stehe hier an der Radstrecke, warte auf Fritz. Weitere Breit noch nichts zu sehen. Ich stehe hier in Unterrödel und warte, dass Fritz hier vorbeirödelt. Unterrödel. Hier steht oben mit einer Flasche mit Morten. Danke. Servus. Wo ist Sigi? Platz, Fuß, raus. So, Fritz ist jetzt hier durch. Hört sich noch ganz gut an. Ich muss sagen, er konnte ja noch ganz gut reden. Oha, oha. Was passiert hier? Mate. Mate, wir brauchen deinen Einsatz. Fritz geht es, glaube ich, ganz gut. Hört sich gut an, gehört. Mal gucken, ob wir hier noch mal Morten. Und dann werden die Energiespeicher auch wieder aufgefüllt. Lars ist ungefähr eine Minute vor ihm. Aber das ist im Rahmen, würde ich sagen. Fritz, erzähl mal Radfahren. Wie war es? Ja, also hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, da auf der Strecke entlang zu ballern wieder. Leider nicht ganz so optimal wie letztes Jahr. Am Anfang bei der ersten Gefahrenstelle an der Schleuse eine Flasche verloren, hat aber eigentlich keinen negativen Einfluss gehabt. Ich wusste, dass ich mir dann später noch eine reichen lassen kann. Dann Aufholjagd gestartet. Eigentlich zuversichtlich gewesen, weil ich am Anfang gleich einen eingeholt habe, mit dem ich letztes Jahr auch sogar am Ende vom Rad gestiegen bin. Ich war dann ab Kilometer 50 oder so dann alleine unterwegs und ja auch über meinem Soll. Und der Abstand ist aber halt wirklich nur minimalst kleiner geworden. Also ich musste mir dann einfach eingestehen, dass ich es nicht schaffe. Ich habe dann aber auch gesehen, dass es wirklich noch eine ganz geile Zeit werden kann. Und dann war es ja doch noch ein ordentlicher Bike-Split. Also ich stehe in der T2, Wechselzone 2. Fritz müsste jeden Moment kommen. So sein Mit-Erkster-Konkurrent Lars Wichert ist acht Minuten vor ihm, wenn ich das richtig gesehen habe. Gleich kommt er hier rein, holt seine Laufsachen, zieht sich um und dann geht es auf die Laufstrecke und dann noch kurz eben einen Marathon. Bis gleich. Also ich finde ja Rot so krass, wie die das organisiert haben, dass dir da dein Fahrrad abgenommen wird, dass sie dir den Beutel geben. Das kenne ich ja vom Ironman auch nicht. Ganz kurz zur Wechselzone. Wie fühlt man sich da nach Schwimmen und Fahrradfahren? Wie ist das da? Also man muss sich wirklich da schon einreden. dass es ja die letzten Male auch ging zu laufen. Also du kommst da rein, bist dann natürlich erst mal ein bisschen krumm im Rücken und im Nacken. Hüftbeulger ist verkürzt. Und ja, nur aus deiner Erfahrung weißt du halt, okay, Laufen geht dann schon irgendwie wieder, weil es halt doch ein paar andere Muskeln sind. Ja, und halt da mit diesem Spalier an Helfern ist es halt schon abgefahren geil eigentlich. Schon voll Pro-mäßig irgendwie, wie die das machen, oder? Ja, genau. Da kriegt ja jeder Amateur eigentlich auch so eine Pro-Behandlung. Ja, genau. Da wird kein Unterschied gemacht. Voll geil. Also einmal kommst du rein, stehen die Leute Spalier und wenn man rausrennt, sind da wieder 500 Helfer. Jetzt fällt dir erst mal noch die Uhr hin. Auf geht's, Ligi, auf geht's! Yo, Fritz ist gut gewechselt. Er ging echt mega schnell. Jetzt gucken wir, dass wir ihn noch kriegen. Da vorne ist er direkt in der Wechselzone. In der Verpflegungszone. Und es sind alle zwei Kilometer Verpflegungsstellen eingerichtet und die Leute, die hier heute mitlaufen, die müssen sich ohne Ende Wasser drüber kippen. Das wird richtig krass heute. Ist bestimmt 30 Grad. Auf geht's, Fritz! Komm! Ey, aber ganz im Ernst, wie wahnsinnig ist das denn hier alles? Wie viele Menschen hier einfach sind. Überall. Das ist so krass. Egal, wo du bist. Selbst neben der Strecke ist hier einfach Stimmung. Das ist unfassbar. Nimm uns mal mit auf die Laufstrecke. Am Anfang muss man sich eigentlich eher immer bremsen. Und das war jetzt in dem Fall nicht so 100% der Fall. Am Anfang ging es auch noch. Du hattest halt Leute vor dir, die du auch einholen konntest. Dann hat man aber halt schon auch die Spitze gesehen um Lars und Co. Und für meinen Geschmack waren die einfach in dem Fall ein bisschen weit weg. Und da habe ich es einfach nicht geschafft, den Schalter umzulegen und zu sagen, ey, der Marathon ist lang. Kann alles passieren. Ja, genau. Kann alles passieren. Du rennst jetzt deine Pace durch. Du weißt, was du kannst, für was du trainiert hast. Das habe ich in dem Fall nicht zu 100% geschafft. Kein Trinkwasser. Kein Trinkwasser. Kein Trinkwasser. Wir versuchen gerade vorzugehen, es geht irgendwie an der Strecke zu supporten. Das Wetter ist heute echt krass. War zwar vorherzusehen, allerdings, so wie ich das verstanden habe, war es vor zwei Tagen hier wohl auch noch mal richtig kalt. Das heißt, das schlägt dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen näher aufs System. Ich bin da guter Dinge. Ich meine, ich habe ihn zwar vorher noch nie bei einem Wettkampf gesehen, aber der Typ sieht noch so kontrolliert aus einfach. Das ist der absolute Wahnsinn. Kritz. Höchsten Respekt. Bei den Temperaturen kann ich mir nur ansatzweise vorstellen, was das für eine krasse Belastung ist. Aber macht auf jeden Fall mega Bock. Wir sind jetzt im Ziel angekommen. Bei Kilometer 37, 38, 39 ungefähr so was haben wir ihn verloren. Wir gehen schnell ins Stadion und begrüßen Fritz. So, Fritz. Fazit Rot 2023. Wie war es? Also, mir hat es absolut oder mir ist es absolut nicht schwer gefallen, das als mega geilen Tag zu verbuchen. Klar, hätte dann irgendwie was immer besser laufen können, aber mit all den Leuten, mit dem Support von Family, von hier Red Pack an der Strecke war einfach mega geil. und ja, klar, die Platzierung ist jetzt nicht die erste, die letztes Jahr war, aber im Großen und Ganzen war das einfach ein Hammertag wieder und ist eigentlich schon auch abgefahren halt, wenn man dann sagen kann, ja, krass, ist immer noch eine Zeit unter 8.30 auch an einem nicht so 1000% optimal verlaufenden Tag. Also, ja, mega happy. Seid ihr glücklich mit Fritz' Leistung? Super, super glücklich und super spritz. Wie immer, Glücklich, aber was brauchen wir für glückliche Party? Mal wieder besonders. Und wir haben definitiv heute im Frauenfeld gesehen und hier sind wir die Top 3. Zuhause, bist du stolz auf den Fritz? freilig. Riesig. Und heute auch? Ja, es stinkt jetzt langsam. Ja, langsam stinkt es. Ohne waschen, ja, ist so. Ja, normal. Danke fürs. Ja, klar, hat Spaß gemacht. Wir hatten nichts zu tun, war nicht so langweilig. Nee, war nicht langweilig. Wir haben vier oder fünf Leute gebaut, um dazu zu schaffen. Aber bist du happy? Ja, der Ziel ist manchmal das meiste. Unglaublich heiß, ne? Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr man sich diese Ziellinie erzieht. Oh Gott, ich glaub's. Ich glaub's. Ich glaub's. Das war das heutige Video über Fritz in Rot. Danke fürs Gucken und nächste Woche geht's weiter mit dem hier beim Fix42. Tschüss. Ciao.